Let's go! 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 Ohne, mehr geht nicht. So weit ich gucke, ich hab mal die Arme hoch, hier hat die Sohn, für die, die ganz hinten stehen. Die vom Schluch gekommen sind. Sie fasst die ganzen Arme verpassen. Tut uns leid Mädels. Wir brauchen heute euch für diese Gesamtspassage. Es geht um eine Rocky Gatte und ich mache es heute Abend wirklich sehr kurz. Ihr habt wahrscheinlich schon gehört, dass Rainer Pohl verstorben ist vom Freigang. Und ihm gebürgt diese kleine Sequenz in diesem Show heute Abend. Genauso wie unseren alten Freund und Mädchen, der unser Pionier aus Rostock, unser Marco Busch. Und ich muss euch noch gar nicht erklären, Leute. Ich brauche jetzt jede Hand und jede Stimme für die beiden Ultra-Giganten des Pankros, des ausläufigsten Pankros. Geht das klar aus, doch? Geht das klar bis hinten? Ist der Volk dann auch dabei? Geht das klar aus, doch geht's! Geht das klar aus, doch geht's! Geht das klar aus, doch geht's!